Heyo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Story Mode. Beim letzten Mal sind wir diesem unheilvollen Labyrinth entkommen, das sich am Ende der Minecraft Welt verbirgt. Und heute setzen wir unseren Weg zur Ivor's Hütte fort. Also das ist der Plan, ob wir das schaffen, ich hab keine Ahnung. Ich, der relativ viel mit Redstone weiß, ich hab keine Ahnung. Wir gehen mal einfach an die Truhe und gucken, ob sich da was drin befindet, ich schätze mal schon, ich hab aber auch keine Ahnung. Ja. Yo, ich hab keine Ahnung, wie man einen Piston craftet. Ich bin kein Mensch, der im Survival-Modus spielt. Äh. Aber, aber ich hab einen Piston. Ich hab einen Piston. The sooner the better. Is this the right way? Ja, okay. Good. Und einen Redstone-Block, ja. Das krieg ich hin. Redstone-Block ist jetzt nicht so schwer. Glaub ich. Ich hoffe, den macht man so und nicht nur mit vier. Nein, okay. Ich mein, ich lern dazu. Und Dings macht man ja nur mit vier. Ein Prismarinscherben-Block. Ja, ich will das verwenden. Okay, let's put the Redstone-Block, where it's supposed to go, and place these Pistons. Genau. Ruben hat's. Das war früher so. Man konnte früher einfach mit einem Feuerzeug Kolben aktivieren. Ich weiß auch nicht, warum. Das war, das war eine weirde Zeit. So, jetzt. Also. Bin ich zu laut? Ernsthaft? Lol. Was? Hier, hier, hier rüben. Kommt her. Schnell. Ich bin zu laut laut meiner Anzeige. Krieg ich das halt noch ein Stück? Bitte was? Äh, ja. ZR. Ich hab gedrückt. Perfekt. Ähm. Ich muss das ganz kurz gucken. Hä? Das war auf der Endercon. Das war auf der Endercon. I, I, I remember. So, Endercon is a chicken convention? Äh, no. Also, ich glaub, heutzutage wird das in Minecraft noch funktionieren, dieses Ding. Ich weiß aber nicht, wie man sowas baut. Ich kann euch eine Keycard-Tür bauen. Ich kann euch einen Spielerzähler bauen, wie viele Spieler in einem Raum sind oder sonst irgendwas ohne Wahnblöcke. Aber sowas kann ich nicht bauen. Ich weiß nicht, warum. Das ist was, das hab ich noch nie gekonnt. Irgendwelche Fortbewegungsmittel. Ich krieg auch keinen Aufzug hin. Obwohl ein Aufzug relativ easy ist. Was ist mit Sauron los? Hallo? Sind sie noch da? Maze. Maze. Das englische Wort für Abrams. Lustig. Ihr müsst jetzt lachen. Er baut einfach mit Grund... Mit Bedrock. Bitte was? Gut, die Welt ist an der Stelle ein bisschen buggy. Aber mit Bedrock bauen ist ein bisschen weird. Das Lapis leuchtet schön. Oray Trace. Das wär so genial hier noch. Ich glaub jetzt nicht, dass er noch Traps hier reingebaut hat. Wo ist der eigentlich? Ist der nicht mitgekommen? Ich hab das schon wieder vergessen. Nee, wir wurden getrennt, gell? Regal. Hey, wo was? Boah, ich bin... Also irgendwas stimmt in letzter Zeit nicht mit diesem... Mit dem... Bis zu 50 Meter Tracking von meinem USB-Blut. Ich hab das nochmal nachgelesen. 50 Meter. Und ich bin nur hier. Direkt da. In der Armlänge weg. Und Pilzen. Ja, der studiert das halt. Ich glaub auch nicht, dass... Ich glaub auch nicht, dass... ... so ein bisschen weird. Find anything yet? Huh. In this mess? Huh. It's as though Ivor learned nothing from my lectures on organizational methodology. If only he hadn't tried to fight those cursed witches... He could just tell us where the book is. He could just tell us where the book is. Coming here was his idea. He should be here for it. He was just doing what I asked. Yeah. He was just doing what he said. He wasn't his fault we got separated. Not really. Is that supposed to make me feel better? Hmm. There's neither rhyme nor reason to how these books are stored. Eigentlich nicht. Finding anything here is impossible. Tedious maybe. Impossible? No way. Fine. I will continue this monotonous search. But I reserve my right to grumble about it. It's a deal. Okay, dann gucken wir mal weiter. Ich laufe mal hier lang. Oh, oh. Das da sieht... Special. Es ist auch Rüben. Wir haben Petra. Wir haben eine Chesterton Craft in dem. Äh, first we're gonna look in this hole. Redstone. Bitte Türmechanismus sein. Mhm. Gibt da noch einen Knopf. Eine Redstone Torch und einen Redstone Block, mit dem man den Strom gleich schließen kann. Aber das scheint in dem Game nicht zu gehen. Deswegen öffnen wir... Test. Ich hoffe, ich hab jetzt nicht gedrückt. Will mir nämlich nicht die Kiste anschauen. Ich will, dass wir haben, was drin ist. Also das ist zumindest... Zumindest der Plan. Also, hätte ich jetzt gesagt. Wir reden auch noch mit Petra, weil der geht's nicht so gut. Auch auf der Endercon. Woran erinnerst du dich noch? Oh, das ist der epischste Part im Spiel gewesen. Ich glaub auch nicht, dass es sowas gibt. Wissen tu ich's nicht. Wir schaffen das schon. Das ist nur der neue mich. Aber, aber ich hab mal ganz kurz eine Frage. Wie kommst du denn im Survival-Modus an einen... An einen... An... So. An einen Command-Block? Bitte wie? Äh... Nix krieg ich noch hin. Wenn man die eigentlich schief anordnen sollte, dann wird's besser passen. Aber ist okay. One Stick. Und... Ein Stein. Das ist ein Crafting-Rezept für Nebel. Das weiß ich. Also das erschien mir am logischsten. Ja, wissen tu ich's nicht. Ich hab's halt ausprobiert. Jetzt weiß ich's nicht. Jetzt. Hebel plasen. Und dann let's go. Explosion. Feuer. Die Lava verschwindet und dahinter ist ein Durchgang. Ach, ich muss... Ja, die Lava geht weg. Das sieht schon so richtig sass aus. Prediction. Wohin geht die Lava normalerweise, wenn sie nicht da lang fließt. Also wenn sie da runter fließt. Also klar, das ist möglich, sowas zu bauen. Aber ich frag mich, wo? Will auch sowas. Ja, ich glaub, jeder hat in seiner Base irgendeinen versteckten Eingang. Also wenn ihr eine Base habt und sie im Kreativmodus gebaut habt, habt ihr bestimmt überall so irgendwie so einen Hebel, der was anderes öffnet oder sonst irgendwas. Und da sind sie auch schon wieder weg. Schönen Tag noch. Ja, sehr gut. Ah, ne Gasträne, ein Seelaternblock. Das ändert Dragon Eye. Oh no, irgendein Rätsel. Ich sag's euch mit diesen komischen Dingern, die da rumstehen. Wir haben eine Gasträne. Wir haben eine Fehlatern. Hier haben wir ein Prismarinen-Kart. Einfach... Das ist Eis. Üben geht's noch weiter. Ich guck mir erst mal alles an, bevor ich da irgendwo... Oh, die Bilder hier. Solche Bilder vielleicht auch in Minecraft. Wir nehmen... Ah, das ist cute. Das ist cute. Das ist cute. Das find ich super cool. Jesse, what are you doing? Uh, taking this really cool rare item? We might need to unlock that one. Damit du... Damit du das... Ja, ja, schon. Macht dir auch Sinn. Was hat das jetzt genau gebracht? Irgendwie nichts, I think. Wir reden mal noch mit Sorry. Nicht, dass ich irgendwas falsch mache. Und dann ist alles down. Okay. Long story short. Wir nehmen noch das Drachenei. Das ist Ultra-Rarität. Weil den Ender-Dragon gibt's theoretisch nur einmal. Außer man... Man sport ihn. Kann es sein, dass wir einfach alle mitnehmen müssen? Let's go. Irgendwie komme ich mir richtig fieber, wenn ich das einfach alles... Ich weiß auch nicht. Aber gut. Prismarine. Prismarine. Meine Güte. Also das Signal ist aber nur bei dem Game so schlecht. Bei anderen Games kann ich mit dem Controller... Ich weiß nicht, am anderen Ende der Welt sitzen. Und gar kein Problem. Eine Gast-Träne. The tear of a gas. Das ist... Das ist... Also die Bilder sehen ein bisschen... 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 Ich habe auch... Ich mag die Rätsel. Das war die letzte Mission. Halter Knopf. Sorry. Die Sea-Lantern... War das erste. Die Sea-Lantern. In you go. War das hier? Das Packed Ice war auf jeden Fall... Ne, das war früher. Ich habe ihm halt nie richtig zugehört, weil ich bedachte, dass nicht... Das sind die richtige Objekte, aber ich glaube, es war die falsche Ordnung. Oh, jetzt müssen wir das die ganze Zeit ausprobieren. Machen wir hier die Gasträne. Pack Eis hier. Und die Prismarinscheibe hier. Okay. Toll. Dann die Gasträne hier. Das Packed Ice hier. Das hier. Das ist nicht richtig. Das Marien an den Anfang. Gasträne nach hier und Packed Ice in die Mitte. Ich habe halt keine Ahnung von der Lösung. Woher denn auch? Letzter Speicherpunktladen. Hallo, ich würde gerne nochmal mit Soren reden. Noch ein Stück. Was ist denn das so rum ist? Kann auch nicht sein. Die letzte Mission war ja... Machen Ei. Also wir machen Pack Eis hier. Gasträne hier. Gasträne hier. Start hier. Nein. Das kommt safe nach Prismarinen Kristall. Die Order used these crystals to make the Seen Lantern. Soren said the Order got these Gasteers on their very first... Nein. Boom. Look. Bam. Okay, ich wusste nicht, dass man sich das nochmal anhören konnte. Sonst hätte ich das natürlich von Anfang an gemacht. Es tut mir leid. Kein Problem. Kein Problem. Ich weiß nicht, was ich finde, was ich in dem Buch ist. Schapnis 12. 5 Stars. The Ender Dragon. With replica Ender Crystals in all. Wow. I've always wondered, what it looked like. Hmm. No way out. Ich schon wieder. Okay. Okay, okay, okay. First we're gonna talk with Soren. Soren, what's this thing supposed to be? It appears to be an homage to our battle with the Ender Dragon. Despite his anger, Ivor never stopped being fond of us. He was a big part of our team, after all. This is the same Ender Dragon you and the Order of the Stone defeated, right? No, Jesse. It's just a model. Right, that's my point. If you tell me about the battle, it could help me solve the puzzle. Dann talk my... Only you'd been there. It was a fight for the ages. We'd spent weeks preparing for our greatest battle ever. Die Insel ist sehr klein. But even so, The Ender Dragon was stronger than even I had imagined. I realized that it was drawing strength from the Ender Crystals. Ja, genau. The Ender Crystals had to be destroyed. I hit the first with a perfectly played arrow. The second I destroyed by launching myself on the shockwave of Magnus' TNT. Using only my strength and my wiles, I steered the foul beast toward the third crystal. I hit the dragon directly toward the final crystal. Yo, what? And then Gabriel delivered his famous final blow. Yeah. We became heroes. And eventually, legends. The Ender Crystals? The greatest the world has ever known. Soren, you are so full of it. Why would you say that? You made it sound like you were the only one who mattered. I was the leader. Believe you me. Whenever. Naja, also es war ein bisschen sus, dass er sich so richtig gut dargestellt hat. Aber eher mal gucken. Mal gucken. Wir machen das Rätsel noch. Und dann... Ich glaube, schon fertig für die heutige Folge. Aber mal gucken. Was war das? Also als erstes hat Soren mit dem Arrow da drauf gehauen. Hm. Interesting. Dann hat er sich mit TNT hochgelauncht, um den zweiten Kristall zu zerstören. Danach kam Eligard mit ihrer wunderbaren Redstone-Maschine und den 10.000 Feinden bam, 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 um ihn den nächsten Kristall zu nehmen. Und Gabriel hat ihm den letzten Todesstoß versetzt mit seinem Diamond Sword. Änder-Drache verwenden. Okay. Wir verwenden den Änder-Drachen. Hey, Ruben. Gib mir einen Boost, will you? Oh, gibt's Jump-It-Run? Oh, please, no. Okay, wir laufen erst mal lang. Da fallen. Hier der Hebel. Okay. Wir ziehen ihn. Und... Aber, Leute, wie schon gesagt, wie es bei dem Buch weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Wenn es heißt... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir sehen uns. Bis dann, Leute. Und ciao. Wir sehen uns. Vielen Dank.